Was ist denn jetzt los? Hä? Wie jetzt? Soll ich den jetzt warnen oder was? Gibt es ja nicht. Muss ich den auch noch warnen oder was? Ich muss zu Leo. Oh, ich habe eine richtige Sportkarre erwischt hier. Scheiße, Mann. Mach doch Platz. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ist noch einmal mit dem Verkehr los. Fuck. Die mich überbeilen. Vor Henry, der Scheiße baut. Nee, die Karre hat ordentlich. Ordentlich Dampfunterminant. Das ist doch mal für die Karre. Ah, das kann ich mir ja Dings angucken. Im Video, wie das Ding hieß. Oder ich stecke nachher nochmal ein. Jetzt aber schnell. Wir haben nicht mehr halt so viel Zeit. Ja, ist doch gut. Ich brauche kein Fahren lernen. Schnell hier hoch. Oh, ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Äh, äh. Das Geben. Trotz, bergauf hat er eine geile Beschleidigung. Musste ich ja zugeben. Ah, das könnte sehr knapp werden mit der Zeit. Ah, super, ey. Vor allem jetzt, ey. Fuck, 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 fuck. Fuck. Fuck, ich bin doch schon fast da. Nein. Fuck you. Was ist das denn für eine Scheiße? Ey, ich stand davor. Das war sowas von klar, dass mir so eine Scheiße wieder passiert, ne? Das war so klar. Guten Morgen, auf Wiedersehen, Mr. Scaletta. Ach, halt die Frisse. Ich bin gerade nicht in der Stimmung. Fuck, ey. Ich hoffe, die schnelle Karre steht jetzt auch noch da. Nein, war ja klar. Ey, Mann, scheiße. Kann ich jetzt echt so eine Dreckskarre nehmen? Scheiße, hier kann ich nicht einbrechen. Egal, komm, ich bin über dir. Ja, mir ist scheißegal, ich brauche eine schnelle Karre. Alles klar. Willst du mich verarschen, du Hurensohn? Stehen bleiben, oder? Verfolge der Waffen in den Kompeten. Wer das... Mann, ey, das gibt's doch nicht. Ich mache es doch gleich so richtig aus hier, ey. Ey. Fuck you. So, ey. Da drüben steht die Karre. Die brauche ich. Verpiss dich. Verpiss dich, verpiss dich. Schnell rein da. Okay, dann fahren wir halt da lang. Super, jetzt fährt mit mir auch noch ein Bulle. Wechseln wir mal auf die andere Straßenseite. Ist ein bisschen sicherer. Wir fahren wie immer voll nach dem Navi. Schnell, 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 schnell. Das muss doch machbar sein. Vor allem mit einer Sportkarre. Ich stelle dir mal vor, ich würde ein normales scheiße Auto nehmen. Scheiße. Ich muss ein bisschen mehr auf die Karte achten. So geht das gar nicht. Weißt du, wisst ihr was? Ich bin gerade am überlegen, ob ich auf Bullen scheißen soll. Okay, ich stehe es auf Bullen. Ich glaube, diesmal haben wir einiges an mehr Zeit. Vielleicht, weil wir direkt gerade ausgefahren sind. So, Bullen abgehangen. Jetzt darf es gleich nicht so ein Assi von vornherein. Genau vor der Haustür, vor dem Tor. War klar, dass das wieder passiert. Es muss ja passieren. Es muss ja passieren. Ich drücke hier schon den Controller ein, ey. Sowas macht mich voll aggressiv, ey. Sorry, Leute. Aber das geht gar nicht. Ausgerechnet in solchen Situationen. Immer wieder. Schnell, 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 schnell. Oh, ey. Steht diese scheiß Karre im Weg, oder was? Mann, ey. Leo, bist du da? Leo? Wie zur Hölle kommst du hier rein? Hau ab und ich schieße dir ein zweites Ohr in den Arsch. Leo, Leo, lass das. Ich bin's, Vito. Vito? Verdammt, was machst du hier? Du hättest vorher anrufen sollen. Leo, wir haben keine Zeit. Sie wollen nicht aus dem Weg räumen. Du musst weg hier. Was? Hau auf, Vito. Hier kriege ich kalte Füße. Willst du was trinken? Ob ich einen Drink will? Sag, hast du sie noch alle? Okay, was ist los? Hör zu, Falcone will dich ausknipsen. Die Jungs sind gleich hier. Du musst abhauen. Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft. Jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen. Darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden. Bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich hab meine Quellen. Wieso bist du nochmal hergekommen? Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden. Dort hör auf zu quatschen. Zieh dich an und lass uns abhauen. Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenn den Typen. Ich hab ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich hab keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich zieh mich an. Verdammt, so spät. Sie sind da. Oh, scheiße. Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken. Schnell. Vielleicht passen wir hier rein. Bist du irre? Vielleicht könnten wir uns in der Dusche verstecken. Das ist nicht gerade die beste Idee. Okay, ganz ruhig, Henry. Nimm die Waffe im Auto und schick die Jungs weg. Ich erklär dir alles. Jungs, ihr wartet draußen. Wenn ich in ein paar Minuten nicht rauskomme, schaut mal nach. Du scheiße. Hinsetzen. Was läuft hier, verdammt? Hör zu, Henry. Leo ist ein Freund von mir, okay? Er hat mir im Gefängnis praktisch das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich nicht in der Familie. Ich wusste nicht, dass Eddie ihn loswerden will. Ich musste ihn warnen. Das musst du verstehen. Ja, aber du musst verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten kann. Wenn ich Leo laufen lasse, denkt Falcone, ich hab ihn absichtlich beschissen und... Aber mit Henry, ich bin dein Freund. Ich würde dasselbe für dich tun. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, Vito. Hier geht's ums Geschäft. Und wenn ich versage, bin ich fällig. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich hab einen Job angenommen und muss ihn zu Ende bringen. Wenn du nicht zusehen willst, kannst du gehen. Keiner erfährt, dass du hier warst. Also keine Sorge. Hör zu. Leo hat mir erzählt, dass das alles nur wegen Falcons Drogengeschäften passiert. Er verstößt gegen die Regeln und will alle Mitwisser beseitigen. Na und? Die einzigen Menschen, die diese Regeln nicht brechen, sind Frank Vinci und Leo. Und die haben mich nicht auf ihrer Lohnliste. Vito, vielen Dank für alles. Aber geh jetzt besser. Ich hatte ein langes, gutes Leben. Riskiere nicht Kopf und Kragen, nur um meinem alten Mann noch ein paar Jährchen zu verschaffen. Nein, Leo. Es muss einen Ausweg geben. Vito. Geh. Sorry, Vito. Nein, Herr Fährt, dass du hier warst. Pass auf, dass du nicht gesehen wirst. Ha. Du schuldest mir einen Gefallen, Kumpel. Was? Na, Kleiner? Leo. Willst du ein Trink? Was ist passiert? Puh. Mein Freund und ich haben uns geheiligt. Ich werde abtauchen. Mich hält nichts mehr in dieser Stadt, seit meine Frau gestorben ist. Ich wollte mich ohnehin in der wärmeren Gegend niederlassen. Ach, zum Glück, ey. Ja, scheiße. Hauen wir ab, bevor dein Freund es sich noch anders überlegt. Wie kommen wir denn hier aus der Scheißbude raus? Ach, einfach aus dem Fitzhaus, okay. Oh, jetzt haben wir die Wahl. Hm. Nehmen wir den hier? Oder den hier? Ach komm, nehmen wir den schönen Sportwagen. Okay, Vito. Würdest du mich jetzt zum Bauernhof bringen? Ihr seht zwar immer gut zu mir, aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Willst du etwa im Schlafanzug los? Worauf du entlassen kannst. Ich bin lieber lebendig im Pyjama als tot im Smoking. Ja, kann ich verstehen. Frank erzählen, was passiert ist? Aber natürlich, keine Sorge. Ich werde deinen Namen nicht erwähnen. Du hast schon genug Sorgen. Danke, Leo. Die ganze Sache ist urplötzlich kompliziert geworden. Verstehst du? Natürlich, Vito. Was hast du erwartet? Du führst den Eid, ziehst deinen schicken Anzug an und dann ist alles eine große Party? Carlo war schon immer ein Verloger nach Hurensohn. Sogar für jemanden aus der Branche. Ich habe Frank schon vor Jahren vor ihm gewarnt. Und was machst du jetzt? Ich verschwinde und lasse den Dingen in ihren Lauf. Ich nehme den ersten Zug nach Last Heaven. Und ich rufe ein paar Leute an und kläre meine Angelegenheiten. Dann fahre ich zum Flughafen und fliege irgendwo hin, wo es warm ist. Ja, top. Morgen um diese Zeit liege ich irgendwo am Strand und trinke einen von diesen Fruchtdrinks mit einem Scherbchen drin. Eins ist klar. Wenn Carlo mich tot sehen will, dann sollte ich nicht hierbleiben. Als wäre eine Einbahnstraße ins Leichenschauhaus. Ist das nicht übertrieben? Nein, ich wollte mich sowieso zur Ruhe setzen. Und wir sollten uns definitiv nicht blicken lassen. Frank wird sich nie ändern. Was soll das denn? Ich werde das Auto gar nicht steuern. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt los? Kein Ding. Jo. Versprich mir einfach, dass du nie wieder etwas so dummes machst wie heute. Deinen Hals zu riskieren, nur damit ein alter Mann noch ein paar Jahre mehr hat. Versprochen. Das nächste Mal sehe ich zu, wie sie dich abknallen. Hab noch ein schönes Leben, alter Mann. So. Motor ist kaputt. Nur weil ich das scheiß Auto nicht mehr steuern konnte. Die Karre werde ich auf jeden Fall auch speichern. Die werde ich erstmal nach Hause bringen. Und danach können wir ja mal gucken. In seinem Haus. Hier oben sind wir glaube ich hochgefahren, ne? Wo war denn das? Irgendwo hier oben war sein Haus. Hier oder so? Egal. Vielleicht fahre ich da dann nochmal hin. Und gucke. Ob da die andere Karre noch steht. Aber nur vielleicht. Also jetzt müssen wir erstmal nach Hause. Der Motor pfeift. Warum nur? Immerhin haben wir noch seine Karre als Andenken. Lio ist geile Karre. Die machen alle solche Sportwagen, ne? Wow. Scheiße, hast du keine Autos? Doch, habe ich. Also ich finde, ich habe ja eine ordentliche Sammlung an Autos, ne? So, jetzt will ich das nochmal reparieren. Oh Mann, geile Teile. So. Aber er hat eine andere irgendwo, ich weiß es. Ob er dich schlägt? Manchmal. Diesen Dreckskerl poliere ich die Fresse. Nein, Vito, bitte tu ihm nichts. Ich dachte, du könntest mit ihm reden. Auf dich wird er hören. Wo ist er? Ich weiß nicht. Er hat einen Freund in der River Street. Okay, okay. Normalerweise ist er dort. Alles wird gut. Hör mir zu. Wenn es dir besser geht, gehst du nach Hause. Ich rede mit Eric. Wenn er sich nicht heute noch bei dir entschuldigt, ruf mich an. Aber der kommt. Gut, Vito, aber bitte tu ihm nichts, bitte. Keine Sorge, ich packe ihn schon nicht zu hart an. Bis zum nächsten Mal.